Woran das liegt, darauf hat selbst Egli keine Antwort parat. Gegenüber der Zeitschrift Neue Post hat die 35-Jährige nun verraten, dass sie sich schon sehr nach der großen Liebe sehne, ich lerne immer mal wieder jemanden kennen, aber es hat nie gefunkt. Ich frage mich schon, wo ist mein Romeo? Und was müsste ihr Traumprinz mitbringen, um ihr zu gefallen? Ich habe natürlich gewisser Wunschvorstellungen, so die volles Risiko interpretieren und nannte als Eigenschaften ein großes Herz und Humor. Als Teilnehmerin bei Grill den Henssler vor einigen Jahren plauderte Egli bereits aus dem Nähkästchen, was genau sie sich von ihrem zukünftigen Partner wünsche. Es geht nicht ums Aussehen. Mir ist es einfach wichtig, dass er ein Typ ist, irgendwie Charakter hat, leidenschaftlich ist und was in seinem Leben hat, für das er brennt. Die ehemalige DSDS-Gewinnerin von 2013 geht seit Jahren allein durchs Leben. Ihre fünfjährige Beziehung mit dem zwölf Jahre älteren Reto Steiner endete 2014. Seitdem wurden ihr viele Romanzen mit namhaften Promis wie beispielsweise Schlagerkollege Florian Silbereisen, 42, oder Rocksänger Ben Zucker, 40, nachgesagt. Sogar mit dem Musikproduzenten Joachim Wolf soll die fröhliche Blondine nicht nur zusammengearbeitet haben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020